Gelingt ihm aber. Neuer Aufbau über die rechte Seite bei den Huskies, über Hugo Bovea. Jetzt der setzt McNeil ein. McNeil möglicherweise mit der Schussmöglichkeit kommt, aber nicht an den Puck. Der Puck rutscht da quer parallel zur Torlinie entlang, aber er kann ihn nicht richtig drücken. Bennestausfall im Lauf-Tor! Das ist der Tor! Das ist der Tor! Und der Aufstieg für die Kassen-Auskieg! Da war er! Da war McNeil, der eigentliche Torschütz in dieser Playoff-Serie. Passt nach hinten! Und dann kommt der Club-Minister mit vollem Anlauf. In der zwölften Minute der Verlängerung trifft er zum 3 zu 2. Und jetzt spielen sich hier Szenen ab, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Die Spieler hinter dem Tor, das längst weggeräumt wird, eine einzige Jubeltraube. Und die Fans tanzen, springen und jubeln auf ihren Sitzen. Die stehen natürlich längst auf ihren Sitzen.